Und hier die aktuellen Nachrichten aus dem Landkreis Uda Spree und Frankfurt Uda. Das neue Bürgergeld kann beim kommunalen Jobcenter Uda Spree auch online beantragt werden. Rund 10.400 Menschen im Landkreis Uda Spree wechseln ja von Hartz IV auf das neue Bürgergeld. Ohne Probleme ist die Auszahlung der Regelsätze möglich, heißt es vom Landratsamt. Für andere Leistungen gelten Übergangsfristen. Vermittlungsrelevante Neuerungen des Bürgergeldes können erst zum 1. Juli gelten gemacht werden. Heute die neue Verordnung, denn die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr wird zum 2. Februar aufgehoben. Und zwar im Land Brandenburg gemeinsam mit dem Land Berlin. Dadurch ändert sich ja die Corona-Infektionsschutzverordnung bis zum 7. März insofern, dass also diese öffentliche Maskenpflicht im ÖPNV beseitigt wird. FFP2-Masken für Besucher in geschlossenen Räumen von obdachlosen Unterkünften und von Einrichtungen zur gemeinschaftlichen Unterbringung von Asylsuchenden und Geflüchteten Beschäftigte müssen hier bei der Ausübung körpernaher Tätigkeiten weiterhin FFP2-Masken tragen. Weiterhin gelten nach dem Infektionsschutzgesetz des Bundes, also nicht des Landes Brandenburg und Landes Berlin, sondern des Bundes, eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Personenfernverkehr und für Patienten sowie Besucher von Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen. Wir leben in Zeiten von Extremismus, Klima, Krieg, Verschwörungstheorien und extremistische Gruppen. Jetzt gibt es ein Programm des Landes Brandenburg für Ausstiegswillige in extremistischen Gruppen. Wagemut heißt dieses Programm. Der Innenminister des Landes Brandenburg, Stübken, erklärte, Ausstiegswillige Extremisten brauchen unsere Unterstützung. Wagemut ergänzt die Präventionsarbeit des brandenburgischen Verfassungsschutzes, so der Innenminister. Es ist ein zentrales Vorhaben des Maßnahmenplans im Kampf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Ob das Programm auch an die Klimaaktivisten sowie linken und islamistische Gruppen gerichtet ist, liest das Innenministerium aber offen. Zudem gab es ja heute das Unwort des Jahres und das heißt Klimaterrorist. Soweit dieser Hinweis. Die Polizei informierte in einer groß angelegten Aktion zu Betrugsmaschen. Rate mal, wer hier ist, die große Überschrift. Ob Enkel, Neffe, Nichte oder auch Polizist. Die Anrufer haben immer auf das Geld, Schmuck oder anderen Wertgegenständen von vor allem Senioren abgesehen. Mittlerweile wird auch immer wieder über den Messenger-Dienst WhatsApp Kontakt zu potenziellen Betrugsopfern gesucht. Der Enkeltrick ist ein besonders beliebter Trick, um ans Geld zu kommen. Auch Polizisten und Staatsanwälte sind angeblich am Telefon. Am 7. Januar beispielsweise erstattete eine 59-jährige Finoforterin Anzeige bei der Polizei. Sie hatte eine Nachricht auf ihrem Mobiltelefon erhalten, in der ein angeblich nahe Angehöriger die neue telefonische Erreichbarkeit mitteilte. Dann meldeten sich die Betrüger wieder und brauchten nun einmal dringend 2.000 Euro. Und das passende Bankkonto für die Überweisung wurde gleich mitgeliefert. Die Frau tat das einzig Richtige. Sie ging auf keine Forderung ein, sondern wandte sich direkt an die Polizei. Tun Sie es auch in diesen Fallen, also gehen Sie nicht auf solche Betrugsmaschen ein. Denn die Polizei hat nochmal viele, viele Möglichkeiten zusammengefasst. Und zwar auch über das Thema falsche Polizisten am Telefon und an Haustüren. Ja, und diese Hinweise gibt es auf der Homepage von osftv.de. Also da gibt es nochmal viele, viele Hinweise, damit Sie nicht Opfer werden. Und hier ein Ausblick auf eine Veranstaltung, denn die Grüne Woche in Berlin steht vor der Tür. Und das vom 20. bis 29. Januar. Es ist die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Die Neuerung an dieser Grünen Woche ist, dass man die Tickets nicht mehr kaufen kann an einem Fahrverkaufsschalter, sondern man kann sie nur noch online erwerben. Also die Tickets für die Grünen Woche nur noch online. Wer also nach Berlin fährt, sollte das vorher beachten für den Ticketkauf. Dann haben wir noch eine Mitteilung und zwar für Schulen. Denn Klimaschutzvorreiter an Deutschlands Schulen werden gesucht. Wer sich an Schule für Klimaschutz stark machen oder Ideen hat, um den Schulalltag nachhaltiger zu gestalten, dann gibt es den Wettbewerb Energiesparmeister. Bewerben kann man sich noch bis zum 24. März. Und wer dann die tollen Ideen hat und zum Alltag beitragen kann an den Schulen, dass alles energiesparend durchgeführt werden kann, der kann dann sogar Preisgeld bis zu 5000 Euro bekommen. Und das Ganze kann man sich noch mal anschauen auf energiesparmeister.de. Soweit die Meldung des Tages. Es gibt es weitere Informationen.